So, wobei wir können auch bei Tag, vielleicht finden wir die Sachen bei Tag besser als bei Nacht. Also eine Truhe brauchen wir und eine Handbuchseite. Vielleicht wird es Zeit, dass wir mal... Wo ist er denn? Wo ist denn unser Glückstrank? Fokustrank, Donnergebräu, Unsichtbarkeitstrank? Wo... Ah, X da, neben an der Seite ist er. Okay, ähm... Können wir den trinken? So, Dauer 48 Minuten. Ja, und... Hm... Wie trinken wir denn jetzt? Oh. Ah, haben wir ausgewählt auf... Ah, auf L1. Okay, ich bin mir nicht sicher, was das jetzt bringt. Sehen wir irgendwas? Besser, was wir vorher nicht gesehen haben? Es leuchtet auf jeden Fall. Okay, wir beobachten das mal. Ich werde einfach mal ein bisschen hier irgendwo langlaufen. Und versuchen irgendwas zu finden. Reveilion. Aufgepasst, Musiker! Wo ging es hier nochmal hin? Ach so, ja. Die Truhe ist unter uns. Müssen wir nach draußen, um die Truhe zu bekommen? Müssen wir etwa wieder tun, Leiter? Die Truhe wurde hier hinten irgendwo angezeigt. Mal schauen. So, die Frage ist jetzt, war das jetzt die Truhe? Südflügel. Nein, das war die Truhe auf jeden Fall nicht. Immer noch 4 von 5 und 22 von 23 Handbuchseiten. Schade. Okay, wenn wir gerade hier draußen sind, dann kundschaften wir das hier draußen natürlich auch nochmal aus. Da ist noch eine Truhe. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles so sehen würden. Wie kommen wir zu dieser Truhe? Die ist hier unter uns. Das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass es hier unten irgendwo eine Höhle gibt. Oh, was haben wir hier? Ach, wie cool. Das sieht fast so aus, als müssten wir hier irgendwas drauflegen. Oder war das hier die Höhle mit den Meermenschen? Mit der Quest, die wir hatten. Hier geht's wieder hoch. Okay, vielleicht müssen wir doch irgendwo nach drinnen. Aber hier muss auf jeden Fall irgendwo was sein. Ich fliege einfach mal ein bisschen rum, vielleicht... Oh, das geht aber weit. Und wir haben sogar noch Queste hier in Hogwarts. Ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr im Südflügel. Ich lande mal wieder. Wir laufen einfach nochmal ein bisschen durchs Schloss. Vielleicht finden wir irgendwas anderes. Normalerweise klingelt das ja immer. Vielleicht hier in der großen Halle irgendwo noch was? Okay, können wir anscheinend nicht anzüllen. Hier unter uns ist auch eine Truhe. Wie kommen wir denn? Das ist natürlich cool, dass die Truhen angezeigt werden, aber... Hm. Wir müssen dann irgendwie nach unten. Gehen wir erstmal nach oben. Das ist jetzt ja noch nicht sehr erfolgreich, was wir gefunden haben. Gut, dann gehen wir mal hier nach unten. Okay, hier ist irgendwo was. Der Weg, den Sie gehen, ist gefährlich. Ich werde Ihnen mit gutem Rat zur Seite... Es wird leiser, glaube ich. Ich glaube, wir müssen nach unten. Das wird schon wieder leiser. Okay, hier unten wird es definitiv leiser. Es könnte auch hier über uns sein. Irgendwo haben wir hier noch was. Hier ist es super laut. Irgendwo ist irgendwas hier drin, ne? Oder ist es noch... Ist es vielleicht da... Noch höher. Okay, es ist noch lauter hier oben. Müssten wir es nicht bald haben? Oh, wie verwirrend es einfach ist. Aber es klingelt zumindest noch. Da, hier haben wir es. Oh, wie fies. Eine Handbuchseite. Bewegliche Treppe. Erfahrene Schüler behalten diese Treppe stets im Auge, denn sie kann unbemerkt ihre Position verändern. Zwar macht es manchen Schülern wenig aus, zu spät zum Unterricht zu kommen, aber das Abendessen möchte niemand verpassen. Reveilio. Sehr schön. Handbuchseite. So, wo sind wir denn gerade dann hier? Die große Treppe. Ach ja, Jemine. Hier muss es noch irgendwo sieben Handbuchseiten geben und zwei Truhen. Und dann laufen wir mal nach hier oben. Reveilio. Noch klingelt nichts. Okay, hier klingelt wieder was. Bestimmt einfach noch weiter oben, oder? Sehr schön. Und es klingelt immer noch was. Aber das müsste jetzt wieder weiter unten sein. Okay, vielleicht haben wir das gehört, weil es noch über uns ist. Oh, ist sehr leise. Oh. Waren wir? Doch, wir waren hier schon. Ah, vermutlich könnten wir den Mega-Power-Trank noch nicht mitnehmen. Hier noch was übersehen. Über uns ist auch noch eine Truhe. Ah, direkt hier. Hauselfenrüstung. Diese Rüstung für einen Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer angefertigt. Der wollte, dass sein Elf ihn im Kampf beschützt. Glücklicherweise war der Zauberer zu beschränkt, um zu erkennen, dass eine Rüstung auch als Kleidung betrachtet werden konnte. In dem Moment, in dem der Elf sie anlegte, disapierte er und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Das ist natürlich ziemlich cool. Reveglio. Oh. Hier waren wir wahrscheinlich echt noch nicht. Noch so viel Handbuchseiten. Zentauernrüstung. Diese einzigartige Rüstung wurde als fehlgeleitetes Friedensangebot für einen Zentaurenanführer angefertigt. Das Geschenk wurde verschmäht und der Bote erhielt zum Dank einen Pfeil ins Bein. Die Rüstung selbst, die mit Hufspuren überseht war, wurde zu einem späteren Zeitpunkt geborgen und erneuert. Okay. Reveglio. Sieht schon ziemlich cool aus. Still gestanden. Oh, hier gab es wohl gerade eben Unstimmigkeiten zwischen zwei Rüstungskollegen. Okay, da oben gibt es auf jeden Fall irgendwie noch Thun. Dann gehen wir noch mal nach oben. Reveglio. Moment. Oh, hier ist das eine Tür. Das hätte ich jetzt fast nicht als Tür erkannt. Was haben wir hier? 15. Februar 1851 Der Blick in die Kristalle heute Morgen war äußerst ermutigend. Zunächst war ich begeistert, das Zauberministerium in meiner Zukunft zu sehen. Das Atrium erschien mir so klar wie der helle Tag. Ich habe immer davon geträumt, dort zu arbeiten. Als ich das Atrium jedoch in ein Meer von Besen auflöste, endlose Reihen von Besen, schlug meine Freude in Verzweiflung um. Ich bin für eine Zukunft im Besenregulationskontrollamt bestimmt. Die Langeweile würde mit dem Gesang eines Fupers um meinen Verstand wetteifern. Okay, für den Moment muss ich akzeptieren, dass ich einfach nicht von Natur aus zum Wahrsagen berufen bin. Aber vielleicht habe ich ja die Fähigkeit, so etwas zu spüren. Oh, wahrscheinlich schon. Und was sagt uns die Kristallkugel heute? Ah, so wie es aussieht, sie steht uns eine sehr neblige Zukunft bevor. Cool wäre, wenn irgendwas in der Kristallkugel jetzt kommen würde. Na gut. Es klingelt auf jeden Fall noch. Über uns scheint auf jeden Fall noch eine Truhe zu sein. Das Klingeln wird leiser. Hier waren wir auf jeden Fall überall. Okay, dann schauen wir nochmal hier hoch. Irgendwo muss hier noch was sein. wahrscheinlich die Truhe, die uns über unserem Kopf angezeigt wird. Hier wird es auf jeden Fall laut und zwei Truhen sind hier noch. Ah, es kann sein, dass wir voll waren, dass wir hier was nicht mitnehmen konnten. Ich erinnere mich, wir konnten hier nicht her. Ich habe das ganz vergessen. Wir konnten hier nicht her. Ich wollte nochmal zurückgehen, aber das Spiel hat uns nicht gelassen. Sehr nice. Gut, dass wir nochmal hierher gegangen sind. Was haben wir hier? Feder der Aufnahme und Buch der Zulassung Die Feder der Aufnahme und das Buch der Zulassung wurden von den Gründern hier platziert und sind seither unangetastet geblieben. Sie tragen den Namen jedes angehenden Hogwarts-Schülers ein, sobald der erste Anzeichen von Magie zeigt. Obwohl die Feder nachsichtiger ist als das Buch, das manchmal zuschnappt, bevor ein Name eingetragen wird, wenn die Anzeichen von Magie nicht dramatisch genug sind. Okay. Und wir haben hier noch eins, zwei, ein Hausbanner. Es klingelt immer noch. Warum klingelt das hier? Sollten wir hier noch irgendwas sehen? möglicherweise klingelt es aber auch draußen. Weil hier wird es nämlich leiser. Wo sind wir denn hier genau? Okay, es ist möglich, dass hier oben in dem Turm irgendwo außen vielleicht noch was ist. Hier ist es auf jeden Fall auch ziemlich laut. Ich denke mal, hier wird irgendwo noch eine Handbuchseite sein, die wir verpasst haben. Warum auch immer wir die verpasst haben. Der sprechende Hut. Vielleicht ist der Hut auch im Moment nicht immer da drinnen. Vielleicht wir waren hier doch eigentlich drinnen. Das wäre uns doch aufgefallen. Hm. Dieser verzauberte Hut wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser in der Schule einzuteilen. Mit Hilfe der Legilimentik kann der sprechende Hut in den Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Okay. Und jetzt haben wir hier nichts mehr. Und hier liegt auch wieder was. Apothekenbeleg. Heiltrank gegen das haben wir doch schon mal gelesen. Und ja, hier war die Prüfung. Und jetzt ist hier auch nichts mehr. Das sieht gut aus. Okay, so. Die große Treppe. Zwei Handbuchseiten. Okay, ich gehe mal ganz runter. Wir haben auf jeden Fall alle Truhen. Vielleicht finden wir ja auch noch zwei Handbuchseiten. vielleicht hier draußen. Noch höre ich nichts. Unter uns ist auf jeden Fall eine Truhe. Ah, hier. Zumindest haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was gefunden. Reveglio. Die Frage ist, ob das hier draußen auch noch zur großen Treppe dazugehört. Handbuchseiten können halt überall sein. Oh, was haben wir da noch? Die haben wir ja auch noch gar nicht gefunden. Okay, das sieht aus als wäre es draußen in irgendeiner Ecke. Und da ist so ein Drachenbrunnen oder eine Drachenstatue. könnte das hier irgendwo sein? Vielleicht hier einfach so ums Eck? Hm. Unterirdischer Hafen geht es hier runter? Das muss ja wieder irgendwo in der Nähe sein. Das kann ja nicht so weit weg sein. Hier sind auf jeden Fall überall solche Statuen. ein Einhorn. Reveglio. Okay, ich glaube, das ist schon zu weit weg hier. Ah, Moment, ich glaube, da haben wir doch Lumos. ist gar kein Drache. Ist irgendwie wie so ein Unterwasserschlange, die mit so einem Pferdekopf. Hm. Eine Fischschlange, eine Pferdfischschlange. Oh, cool. Der läuft an der Wand lang. So einen Zauber möchte ich auch können. So, dann mal rein mit dir. und das wäre dann eine Handbuchseite bei, ja, bei der großen Halle. Oh, und damit haben wir hier alle Handbuchseiten, alle Truhen und die Demigrass-Statue. Das heißt, große Halle sind wir quasi fertig und bei der großen Treppe müssen wir noch zwei Handbuchseiten irgendwo finden. Die können natürlich überall sein. Wobei wir auch jetzt schon wieder eine ganze Weile hier suchen. Rebellion Ach, ich würde sagen, wir gehen erst mal gucken, was wir gefunden haben in unseren Raum der Wünsche und dann haben wir auch noch ein paar Queste hier von Schülern in Hogwarts. Da können wir auch noch hingucken. Da haben wir zumindest ein bisschen Abwechslung und eher nicht die ganze Zeit die Gegend. So, dann schauen wir doch mal Ausrüstung. Verteidigung geht runter, aber Offensive geht hoch. Trotz dass wir hier schon Verbesserungen drin haben. Dann ziehen wir doch die an. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, der ist gesperrt. Okay, hier geht die Verteidigung runter auf 93. Allerdings haben wir hier schon doppelt verbessert. Oder nein, die Offensive geht auf 93 runter. Und was haben wir hier? Dann würde ich sagen, wir schauen gerade mal, was wir noch verbessern können. Wir sollten ja alle Materialien haben. Ach hier, ja, Webstuhl. So, unsere Handschuhe. Stufe drei. Bauen wir natürlich das ein. Und so, jetzt jetzt verbessern wir die noch. Einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt hier die Frage, Offensive. Ah, hier können wir nur die Verteidigung verbessern. Dann behalten wir den, den wir haben. Okay, der Rest sollte soweit passen. Ah, wir können hier noch verbessern. hier geht auch noch was. Sehr schön. So, die haben wir gerade gemacht. Dann haben wir auf jeden Fall maximale Verbesserungen jetzt mit dabei. Okay, so, wo haben wir denn hier noch eine Quest? Sehen wir das hier irgendwo? Hier sind noch zwei Stück. Sehr schön da. Das Ende eines Fluchs. Sehr schön, das hört sich gut an. Dann gehen wir mal ins Gewächshaus zurück und gucken mal was hier der Fluch so macht. sch mit sch sch gl weiß sch sch sch